Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr den glümmernden Glutwurm farmen könnt. Das ist ein Mount von Karazhan aus Legion, das Timerun Mount. Ich möchte euch heute zeigen, wie man es bekommt, wie es funktioniert. Zu 5 bekommt ihr das zu 100% bzw. eine Person bekommt es zu 100%, alleine nur zu 20% und für jede weitere Person steigt die Prozentzahl um 20%. Das heißt, am besten man geht da zu 5 rein in die Instanz, macht den Timerun, das Ganze 5 mal, dann hat jeder das Mount und gut ist. Ich zeige euch hier jetzt auf der Map, es ist in den östlichen Königreichen. Als Allianzler reist man über Sturmwind an und sonst als Hordler reist man über das Zeppelin nach Schlingendorntal an, fliegt hier in den Gebirgspass der Toten Winde, kann auch dann schon reingehen in die Instanz. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Ich zeige euch den Timerun, damit ihr Bescheid wisst, wie ihr laufen müsst. Mittlerweile haben das Mount schon einige und es ist nichts Neues mehr, würde ich meinen. Dennoch aber muss man dazu sagen, ist es vielleicht für viele neue Spieler mal wieder interessant oder auch alte Hasen, die das Ganze schon so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Das kann man gut nachfarmen mittlerweile und es sollte überhaupt kein Problem mehr darstellen. Vorausgesetzt, ihr seid Stufe 60, dann ist das wirklich sehr, sehr einfach. Was müssen wir hier tun? Insbesondere ist es hier wichtig, einfach die Seelenfragmente zu farmen. Das sind solche Kristalle, die sich auf der Map befinden. Die muss man aktivieren. Aktiviert man den ersten Kristall, so beginnt dieser Timerun und man muss quasi dann in einer gewissen Zeit das Ganze runterspielen. Mittlerweile geht das halt schon so, dass man gar keinen Stress mehr dabei hat und das verhältnismäßig irrsinnig einfach zusammenfarmt. Es gibt halt natürlich eine nervige Sache und das ist das Theater hier. Da muss man halt ein bisschen warten. Das dauert. Das sind eigentlich generell, das ist generell so das Nervige daran. Allerdings seht ihr hier schon ein Seelenfragment. Das ist das, wovon ich gesprochen habe von den Kristallen. Wenn ich den dann anklicke, geht der Timerun los. Dann muss ich alle Kristalle einsammeln. und zu guter Letzt können wir dann einen Kampf starten, wo wir dann unser Mount bekommen können. Ja, wie gesagt, wenn man alleine drin ist, bekommt man es nur zu 20%. Ich habe das Mount ja auch schon. Insofern möchte ich euch das einfach zeigen, wie der Weg funktioniert und dann könnt ihr ja zu 5 reingehen, macht das Ganze 5 Mal mit Twings. Dann habt ihr das Mount und es ist auch wirklich verhältnismäßig, finde ich, ein sehr, sehr schönes Mount für das, dass man es so schnell bekommt. Es hat ein, finde ich, es hat einfach ein sehr schönes Setting für ein Mount, was man schnell bekommt. Normal schöne Mounts sind ja meist auch wirklich schwierig zu kriegen und da kann man auf jeden Fall mal rein. Das lohnt sich schon, bin ich der Meinung. Ja, das ist halt das, wovon ich gesprochen habe. Das Theater, da gibt es mehrere Bosse, verschiedene Bosse. Das heißt, ihr könnt hier auch einen ACM machen, wenn ihr hier öfter reingeht. Den habe ich schon gemacht. Ganz zufällig bekommen, das wusste ich nämlich auch nicht wirklich, aber ich bin da schon ein paar Mal drin gewesen. Habe auch Legion relativ aktiv gespielt. Insofern ist das meist so, wenn man eine Expansion spielt. Und da haben wir jetzt aber eh noch, da war es eh noch gut. Da wurden wir noch nicht enttäuscht. Haben noch verhältnismäßig recht coole Bosse bekommen. Denn da gibt es auch längere Fights. Aber ja, im Endeffekt lauft ihr einfach die Route so wie ich hier. Ich meine, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das Einzige, was so ein bisschen nervig ist, man muss sich halt merken, wo die Kristalle sind. Aber ich denke, nach meinem Video hier könnt ihr das auch dann euch merken. Ihr könnt es dann auch auf Pause machen oder was auch immer. Deswegen laufe ich ja diesen Weg, damit ihr das halt mal genauer seht. Und ich muss auch dazu sagen, es ist auch eine coole Instanz an sich. Ich meine, es lässt sich recht gut farmen. Ihr seht ja hier, hier sind einige Mobs. Und die lassen sich halt auf Stufe 60 schon so easy töten. Keine Ahnung, was das gerade ist für ein Bug. Aber es ist ja mal egal hier jetzt. So, den schieße ich jetzt da noch ab. Okay, ein Trind. Das ist auf jeden Fall der erste Kristall. Jetzt bin ich in einem Kampf verwickelt. Das ist nicht cool. So. Jetzt klicken wir den ersten Kristall an und kanalisieren den mal. Wenn das getan ist, dann sieht man hier gleich oben rechts, ja, hier steht es schon. Medivhs Echo, ja. Wir müssen die Medivhs Echos farmen. Der nächste ist auch wieder gleich da. Also wirklich einfach zu holen. Ich finde auch generell, muss ich ehrlich sagen, die ganze Mechanik dahinter recht cool. Weil so Timeruns machen eigentlich immer recht gut Spaß. Weil man halt so eine kleine Mission hat. Und damals war das schon nicht so schwierig. Also ist es heute auch recht einfach schaffbar. Jetzt auf Stufe 60 vor allem auch. Es gibt ja auch mehrere Timeruns in BOV. Und ich finde, das ist auch einer der cooleren, ehrlich gesagt, rein Story-technisch. Man muss auch hier dazu sagen, es lohnt sich alleine hier schon reinzulaufen. Weil dann noch ein anderes Mount droppt hier. Das allerdings gibt es nicht so hinterhergeworfen, wenn man das jetzt einfach mal so sagen möchte. Oh, ich bin noch Infight. So, jetzt klicken wir das nächste Echo an. Okay, wir sind noch Infight. So, aber jetzt reicht es dann mal mit Infight. Perfekt. Jetzt kanalisieren wir das nächste Seelenfragment. Und haben hier auch jetzt schon zwei Stacks von dem Echo. Jetzt geht es zum nächsten Boss runter. Da ist es jetzt wichtig, dass wir einen Schlüssel auch aufsammeln, den wir unbedingt brauchen, um dann zum weiteren Seelenfragment zu kommen. Da nehmen wir jetzt auch eine kleine Abkürzung. Ich zeige euch aber dann noch, welches Mount ich meine. Nämlich gibt es hier noch einen Boss, der nennt sich Atom der Jäger. Atom in der Jäger. Der droppt hier noch Mitternacht. Also auch ein sehr cooles Mount, wie ich finde. So, let's go. Dann seht ihr hier ist das letzte Seelenfragment. Hier muss man halt jetzt ganz klar sagen, ganz wichtig, nicht vergessen, hier sind rostige Schlüssel. Die müsst ihr auf jeden Fall aufsammeln. Denn die brauchen wir hier noch. Jetzt nehmen wir uns dann noch das Seelenfragment. Wir sind noch Infight. Okay, das ist nicht gut. Okay, jetzt sind wir Out of Fight. So, auch bitte aufpassen, wenn ihr irgendwo Mobs habt, nehmt die nicht mit. Ihr dürft nicht Infight sein. Das heißt, wenn ihr hier runter springt, schaut, dass ihr wirklich alles gekillt habt. Das ist schon wichtig, weil sonst kann das schon so ein bisschen nervig sein. So, ja. Jetzt geht es hier runter zu den Spinnen. Nämlich, da ist dann auch noch ein Echo. Ich schaue nur, dass wir hier alles töten. Jetzt kommt hier wieder mein Teufelshund. Auch lustig, dass das so buggy ist, dass der immerhin drin ist. So, perfekt. Die müssen wir jetzt auch noch mitmachen. Und dann geht es schon runter. Und vor allem, wir haben hier unten auch dann ein Portal nach hoch. Von daher ist da alles cool. Jetzt habe ich mich verlaufen. Da wollte ich hin, genau. Aber wir haben halt auch genug Zeit. Man sieht hier 17 Minuten. Das ist halt geschenkt auf Stufe 60. Das dürfte kein Problem darstellen. So, dann haben wir hier auch schon die Spinnen. Da dürfte dann das letzte Echo sein. Ich habe das jetzt auch schon länger nicht gemacht. Ich dachte mir aber einfach mal, ich zeige euch das. Weil ich persönlich finde so Sachen immer sehr cool. Und gerade wenn der Content gerade so ein bisschen ausgelaugt ist. Man irgendwie im Raid gerade nichts mehr zu tun hat. Und dann finde ich, sehe ich das so bei mir selber auch gerne. Dann farme ich mir so ein paar Sachen einfach zusammen. Und da nehme ich euch doch gerne mit. So, jetzt kommen hier noch Spinnen runter. Wenn das geschafft ist, porten wir uns zurück. Das ging aber schnell. Und dann holen wir uns jetzt das letzte Seelenfragment, was wir brauchen. Hier nochmal ein kleiner Reminder. Da geht es dann runter zu dem Atomen der Jäger. Mit diesem Mitternachtspferdchen. Ja, Atomen der Jäger, genau. Da kann man sich das Mount dann halt auch holen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das halt auch macht. Wenn man schon dabei ist. So, die müssen wir eigentlich nicht killen, die Mops. Ich mache das gerade einfach nur so. Aber die sind überhaupt nicht wichtig. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir hier schleunigst drauf kommen. In dem Fall haben wir ja genug Zeit. Und insofern ist alles cool. Hier muss man halt auch ganz klar sagen, als Demon Hunter ist man hier im Vorteil. Generell Klassen, die hier schnell sind, ist halt ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Aber es gibt ja eh mittlerweile für jede Klasse genug Sprints und alles mögliche. Gefühlt, jede Klasse hat da was, wie sie schneller vorankommt. Aber so zum Farmen ist Druide, Demon Hunter schon sehr angenehm. Muss man halt auch einfach mal so sagen. So, jetzt ist hier der letzte Kristall bei dem Boss. Das ist der Kurator. Da kille ich jetzt die anderen hier noch, damit die dann nicht alle zusammen herkommen, mich silenzen, etc. Und insofern mache ich das jetzt mal so. Aber ihr könnt auch einfach den Boss pullen. Es ist eigentlich egal. Es ist schon egal. So, jetzt kommt der Boss auch dazu. Den killt ihr schnell. Und danach habt ihr, wie ihr seht hier, das letzte Seelenfragment. Das war jetzt alles. Also wir haben jetzt alle Seelenfragmente, beziehungsweise alle Echos. Und können uns jetzt auf den Weg machen. Was hier halt jetzt noch, wie gesagt, eigentlich das Highlight ist, dass man halt, gerade wenn man dieses Mount farmt, dann kann man da eigentlich diesen Timerun sogar öfter einfach machen. Aber, ja, weil ich sag mal so, Mitternacht droppt halt nicht so easy. Und, ja, da muss man halt noch ein paar Mal rein. Aber man erspart sich schon Zeit, wenn man den Timerun einmal mit einer Gruppe macht. Und dann ist auch alles gut. Und, ich denke jetzt erstmal, jetzt habe ich mich verlaufen. Genau, richtig, ja. Ja, jetzt, wie ihr seht, hier ist ja so eine Tür. Also da geht es raus. Da sind wir reingekommen. Jetzt geht es hier rüber. Also, dass man das auf der Map so ein bisschen auch sieht. Jetzt sind wir in der Terrasse des Meisters. Und, nachdem wir hier jetzt alles richtig gemacht haben, können wir jetzt das Abbild von Medivh anquatschen. Und, ja, da kommt jetzt so eine kleine Sequenz, wie ihr noch so ein bisschen quatscht, noch so ein bisschen redet. Das ist halt natürlich ein bisschen nervig wieder, muss ich ehrlich sagen. Aber gerade hier, muss ich sagen, habe ich den mal umgebracht. Und dann ist er in der Luft gelegen. Das heißt, kill den auch bitte nicht allzu schnell. Weil dann, im Endeffekt, habt ihr dann wieder Kopfschmerzen. Weil ihr das nicht looten könnt. Dann bekommt ihr das zugeschickt. Aber es ist halt einfach, denke ich, angenehmer, wenn man das schnell einfach erledigt. In dem Fall muss ich halt auch dazu sagen, das ist halt einfach storytechnisch auch eine interessante Sache, wenn man sich halt damit befasst. Ich bin jetzt persönlich nicht so der Storyliebhaber, sage ich jetzt einfach mal. Ich mag die Story rund um WoW, aber storytechnisch kann man sich auch sehr, sehr gut auskennen, wenn man viele Bücher liest. Da hinke ich so ein bisschen nach. Aber ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne Storys lest über WoW, beziehungsweise die Lore. Und ja, dann warten wir noch ein bisschen, wie Medivh hier spricht. Der schreit jetzt da. Und wir haben hier übrigens das Abbild von Arcanagos. Und warten einfach ein bisschen. Die Sequenz an sich ist auch recht cool, finde ich. Weil gerade später seht ihr das, wenn dann der Drache kommt. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Das ist halt so das Einzige, was immer so ein bisschen nervig ist in WoW. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Diese Zwischensequenzen nerven schon ein bisschen. Jetzt kommt Medivh und wirft den Feuerball hier rüber. Man muss halt dazu sagen, es nervt halt, wenn man es schon öfter gesehen hat, beziehungsweise nicht das erste Mal sieht. Das erste Mal ist das natürlich schon nice. Ja, genau. Das geht halt so weiter. Da kann man ihn nochmal ansprechen, aber das müssen wir gar nicht mehr. Das haben wir bereits getan. Und jetzt geht es dann hier rüber noch. Muss man halt einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Es kommt mir vor, als wäre das länger als der ganze Timerun. Aber gut. Aber gut. Dauert halt einfach ein bisschen. Jetzt kommt die Überraschung. Was passiert jetzt? Oh, jetzt wieder zum Schrecken der Nacht, den wir jetzt auch gleich töten können. Ich möchte ihn nicht zu schnell töten, obwohl man kann ihn eigentlich recht gut hier unternuken, solange er nicht hochfliegt und dann oben packt. In dem Fall haben wir ihn jetzt besiegt. Das Mount haben wir nicht bekommen, weil wir wie gesagt nur alleine drinnen sind. Und zu fünft hätte jetzt einer das Mount bekommen. Also um das nochmal zusammenzufassen, geht einfach zu fünft rein. Dann habt ihr halt eben fünf Runs und bekommt alle das Mount. Dann geht ihr fünfmal hier rein, mit verschiedenen Twings von mir aus. und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall die beste Art und Weise, um dieses Mount zu farmen. Ich kann euch aber jetzt auch noch zeigen, wie ihr Mitternacht farmt, beziehungsweise ja nicht Mitternacht oder wie heißt das Mount? Doch, es heißt Mitternacht. Mitternachts ewige Zügel. Und zwar geht ihr hier einfach runter. Das kann man halt gut verbinden. Dieses Mount habe ich selber noch nicht, hat aber eine sehr krasse Drop, eine sehr krass schlechte Drop Rate. So, das wollte ich sagen. Also es ist nichts, was man so easy jetzt farmt. Aber wir probieren es einfach mal, wenn man schon dabei ist. Wie gesagt, kann ich euch empfehlen, das auf jeden Fall anzustreben, auch noch mitzumachen. Wir haben es nicht bekommen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, der Guide konnte euch helfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Haut rein auf Wiederschauen!